Die Telekom, Vodafone und 1&1 gehören zu den großen Telefoniedienstleistern in Deutschland. Alle feilschen mit neuen Angeboten um jeden Kunden. Da klingt es im ersten Moment schon etwas seltsam, wenn genau die einen auf einmal nicht mehr haben wollen. Genau das behaupten derzeit aber Betrüger. Sie rufen bei ahnungslosen Kunden an und laden sich selbst ein. Einmal in der eigenen Wohnung quatschen sie einen neuen Vertrag auf. Wie dort vorgegangen wird, das ist nun wirklich sehr unverschämt. Man behauptet schlicht und einfach, der Provider, bei dem man gerade sei, sei komplett überlastet. Und man würde jetzt diese Telefonverträge von dem übernehmen, damit dieser Provider entlastet wird. Die Betrüger werden dabei von dubiosen Firmen bezahlt. Umso mehr Unterschriften die zusammenbekommen, desto mehr Geld bekommen sie auch. Entsprechend aufdringlich gehen sie vor. Dabei muss es erst gar nicht so weit kommen, denn allein schon der Anruf kann Betrüger verraten. Man sollte immer eins beachten, wenn man angerufen wird von einer Firma, der Anruf vorher nicht genehmigt worden ist vom Verbraucher, dann ist es ein unerlaubter Werbeanruf und da stehen mittlerweile Bußgelder von bis zu 300.000 Euro drauf. Das heißt aber auch, wenn sie jemand unerlaubt anruft und mit einem Bußgeld von 300.000 Euro rechnen muss, kann er nicht seriös sein. Dann sollte man sofort auflegen und die Finger davon lassen. Sollte man trotzdem auf die Betrüger reingefallen sein, macht das nichts. Man sollte nur schnell handeln. Man hat natürlich bei dieser Art der Geschäfte immer ein Widerrufsrecht, da es sich um einen Außer-Geschäftsraum-Vertrag handelt. Das heißt, ab dem Moment, ab dem einen den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Widerrufsbelehrung übergeben worden ist, kann man diesen Vertrag widerrufen durch einfache Erklärung. Das sollte man dann sinnvollerweise per Einschreiben machen, damit man das beweisen kann. Also Vorsicht bei dubiosen Anrufen. Geben Sie zudem am Telefon niemals sensible Daten raus. Im Ernstfall berät die Verbraucherzentrale.